Nachdenklich Nachdenklich liegt in seiner Tonne, Diogenes hier an der Sonne. Ein Bube, der ihn liegen sah, ruft seinen Freund, gleich ist er da. Nun fangen die zwei Tropfen am Fasse an zu klopfen. Diogenes schaut aus dem Fass und spricht »Ei, ei, was soll denn das?« Der Bube mit der Mütze holt seine Wasserspritze. Er spritzt durchs Spundloch in das Fass. Diogenes wird pudelnass. Kaum legt Diogenes sich nieder, so kommen die bösen Buben wieder. Sie gehen ans Fass und schieben es. »Halt, halt«, schreit da Diogenes. Ganz schwindlig wird der Brafe. »Passt auf, jetzt kommt die Strafe.« Zwei Nägel, die am Fasse stecken, fassen die Buben bei den Röcken. Die bösen Buben weinen und zappeln mit den Beinen. Da hilft kein Weinen und kein Schreien, sie müssen unters Fass hinein. Die bösen Buben von Korinth sind plattgewalzt wie Kuchen sind. Diogenes der Weise aber kroch ins Fass und sprach »Ja, ja, das kommt von das.«